So, Dragon Quest Heroes 2 immer noch. Wo waren wir stehen geblieben? Yo. Okay, okay, okay. Oh, neue Quest. Falls du gerade etwas gesagt hast, dann habe ich es nicht gehört. Ähm, so, was haben wir denn hier? Ich finde Gämme der Genesung. Königsschleim. Ah, okay, alles klar. Blü, 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 blü. Stockschwere Not. Ich habe den Gischler gesagt, man ist hier Drachenknachen. Sind in der Nähe des Eingangs zu den sengenden Sanden. Okay. Du, blü, blü, blü. Feuerlöscher. Besiege die Tanzen der Flammen. Mit Eis basierten Zaubern. Okay, dann muss ich einen anderen Charakter nehmen. Du, blü, blü. Wird die Tanzen der Gruppe? Äh, Priester. Hm. Naja, lass mich doch, geh weg. So. Okay. Ist Thorneko ein Priester? Ich hoffe es mal. Hm. Wer hat denn hier Eis? Ach, jetzt kann ich, kann ich tauschen. Ich geh mal einfach irgendwo hin. Und dann gucke ich mal, ob ich, äh, jemanden mit Eisfähigkeiten dabei habe. Ich fürchte, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass dieser, einer von den beiden, äh, Hauptrollen der Typ hat welche. Aber den will ich eigentlich nicht. Mal schauen. Moin. Okay, hast du welche? Das ist kein Eis. Nope. Hm. Nein. Oh. Cool. Ähm. Flammen. Nein. Auch nicht. Tja. Vielleicht kann ich ja welche lernen. Hier, gib mir neue Attacken. Okay, dann muss ich wirklich mal anders nehmen. Hm, was kann der denn so? Muss ich ausprobieren. Aber erstmal muss ich den Typen so ein bisschen... Habe ich dem überhaupt schon mal irgendwelche Fähigkeiten gegeben? Naja, was kannst du denn, Jung? Nope, kein Eis. Erstmal hier die Standard-Sachen. Äh, die hat schon. Hast du Eis? Feuerball? Naja, meinetwegen. Ach, okay. So, der Vogel hat aber ne Eis-Attacke, mindestens einer. Wieso kann der die Dinger hier unten schon lernen? Ach, die auch. Ah. Ah. Nice. Nice. So, duf-duf-duf-duf-duf-duf-duf-duf. Oh. Nice. Okay. Oh, das war's schon. Gut. Hier. Der hat was mit Eis. Das hat die so. Haben die nur so wenig. Attacken alle. Die neuen. Also für die vielleicht was. Hm, ne, okay. Ja, 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 okay, gut. Und, ähm. Wo war das? So, sengende Sande. Und dann diese Feuerdinger. Immer wenn ich irgendwas mit okay sage, reagiert mein Handy. Ist ja gut. War nicht so gemeint. So, mal gucken, was hat denn der Typ so drauf. Tja, also ist ja irgendwie ganz cool. Aber ist halt so scheiß langsam, was ich mir schon gedacht hab bei diesem Riesenschwert. Deswegen wollte ich den auch gar nicht erst benutzen. Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Okay, hier sind diese Knochen. Oh, wow. Hm, da unten sind die Feuerviecher. Was hab ich denn jetzt so benutzt? Das mag mein Ding. Auch mal ausprobieren. Ach, das hatte ich ja auch eben. Okay. Wer hätte gedacht, dass sie das überleben. So. Also. Gletscherdings ist rechts. Okay, cool. Wie viel brauche ich davon? Okay, das macht einen fiesen Unterschied. Ups. Wenn man so Attacken benutzt, gegen die, die schwach sind. Das ist wahrscheinlich vier Massen das Beste. Wui, das war cool. Wie hab ich eben diese... Hm. Wie hab ich diesen Feuerangriff gemacht? Hm, keine Ahnung. Egal. Weiter im Text. Wie viel davon muss ich denn platt machen? Achso, ich muss da auch noch irgendwas bei diesen Knochen hier machen, oder? Ah ja, das war's. Okay. Ähm. So. Was war hier an den Drachenknochen? Äh, 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 äh. Nee, das ist... ...die alte. Wo sind denn aktuelle? Da. Äh. Ups. G-Stock. Okay, hier muss irgendwo ein G-Stock sein. Irgendjemand hat einen G-Stock gefunden. Er hat bestimmt eins von den Monstern. Ja. 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 Ja, hier sind viele Drachenknochen. Ja, hier sind viele Drachenknochen. Oh. 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 Mm-hmm. Oh, Schüsztrohr Ah, cool Das sollte ich dann wohl in irgendeiner Instanz machen, wo ich viele Viecher kille Wo ist der Gehstock? Da Das ist er bestimmt Yes Okay Was hatten wir noch? Äh, Lichter ein Königsschleimer Auch Lichter ein Äh, okay Ich kann da teleportieren Ja, ja Kann ich jetzt So Äh Äh Ein paar Königsschleim siegen Müssen wir überlegen Ich glaube hier unten waren die Oh, das sieht nach Gift aus hier Jupp Aber Schatztrohr Wie ver- Alter, was? Oh fuck, ich bin am sterben Ich bin immer noch absterben Oh mein Gott Geh weg, ey Mistvieh Stirb Okay Äh So ruhig mal nach dem Königsschleim Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich so viele von denen gesehen Uh Ja, tell me mal Was, die leben alle? Krass, die halten ja richtig was aus, die Viecher Oder mache ich so wenig Schaden Ja, gern geschehen So Das war auf jeden Fall hier Ich habe genau Hier noch so ein Vieh besiegt Das weiß ich ganz genau Hier Und da oben waren gleich noch mehr Sauerer, jetzt zeigen sich die Fita, ist einer Ach, das ist Mein Schwert lehrt sich irgendwie durch meine Zauberattacken hier Irgendwie auf Und meine nächste Spezialattacke orientiert sich daran Ah ja, okay Ah ja, okay Alter, die Viecher machen scheiß viel Schaden So Okay, jetzt soll hier noch irgendeine Mission sein Die ich mit einem Priester oder was in meinem Team Beenden soll Wie sehe ich denn überhaupt Was das für welche sind? Welchen Job die haben Kommt, den machen wir auch noch kaputt hier Ah, super Ah, super Noch eine Gamma der Genesung Oh Oh, den hatte ich noch nicht Aha, okay Oh, Schatztruhe Haha, nice Okay, jetzt muss ich noch irgendein starkes Vieh finden Weil jetzt habe ich meine Wie heißt das? Diese lila Leiste da aufgeladen Was ist das für eine Mission, die ich machen soll? Fuck 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 Nice Der ist ganz cool eigentlich, der Charakter, muss man sagen Mit seinen Kombi-Attacken da Okay, ich gucke nochmal nach, was da stand Äh Verlorene Seelen Aha, ich muss verlorene Seelen besiegen Mit einem Priester in der Gruppe Da ich schon einige davon besiegt habe Und ich immer noch null von Was, was ich sehen habe Habe ich wohl keinen Priester dabei Dann gehe ich jetzt erstmal zurück Zoom Zoom Ich bin großartig, bis jetzt hier people Das ist unsere Wir haben das Ich bin großartig, bis jetzt hier Dann gehe ich mal Oич Und ich bin großartig, bis jetzt hier